Hallo und herzlich willkommen zurück bei Planet Coaster. Wir sind heute wieder dabei an unserem Park weiterzubauen, kann man nicht schlecht sagen, weil wir haben wieder ein Timelapse Video gemacht. Und zwar, wir haben am letzten Mal aufgehört, hier in der Nacht. Wir haben ein bisschen angefangen für eine tolle Atmosphäre zu sorgen, da werden wir jetzt hier in dem Fall ein bisschen weitermachen. Der Westernbereich soll auch am Abend natürlich relativ schön aussehen und vor allem mit der richtigen Beleuchtung ausgestattet sein. Also nicht alles mit Stadienbeleuchtung ausgeleuchtet, sondern wirklich nur so reine Akzentbeleuchtung. Elektrik, Strahler und sowas hat es natürlich nicht gegeben früher, deswegen alles nur mit Öllampen oder hier Feuerlampen zum Beispiel. ist eigentlich so relativ stimmig, finde ich. Der Bereich, bzw. was heißt der Bereich, das Gebäude an sich mit der Terrasse zum Beispiel neigt sich so langsam dem Ende. Wir haben hier ja doch relativ viel gebaut beim letzten Mal. Wir haben jetzt noch ein paar letzte Details. Das Dach muss noch vernünftig fertig gemacht werden. Die Details auf die rückseite gehören noch geändert. Wir haben allerdings, glaube ich, schon ein relativ gutes Ziel erreicht und wir werden wahrscheinlich dann demnächst wieder weitermachen an dem, ich sag mal so in Anführungsstrichen, verlassenen Bahnhof. Ich hatte doch hier im Westernbereich so einen alten Bahnhof gemacht, der so ein bisschen verlassen ist natürlich. Und da werden wir wahrscheinlich dann langsam weitermachen, dass wir da allmählich bis zu unserer, bis zu unserem Mindtrain quasi vorkommen. Und ich glaube, wir sind hier auf einem sehr, sehr guten Weg. Wie gesagt, wir machen hier noch ein bisschen Detailarbeit und lasst euch damit natürlich wieder mit Musik alleine. Ich sag danke fürs Zugucken, abonnieren nicht vergessen, Glocke aktivieren und Daumen nach oben da lassen und ganz wichtig, bei den nächsten Folgen wieder mit dabei sein. Also genießt es, haut rein. Ciao. Amen. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020